Der Täter dieses Falles. Hm. Die Person, die in diesem Exisal ist. Es kann nur diese Person sein. Nun, dann wäre nur noch Kaito übrig. Der apparente Vizepräsident, den wir im Video gesehen haben, war Kaito. Das bedeutet... ...Kokichi operierte die Hydraulikpress und Kamera. Am Anfang. Wenn die zwei von ihnen gewechselt, während die Presse stoppt wurde. Dann wäre der Kulprin, der die Hydraulikpress wieder angefangen hat und Kokichi verbringte. Das muss Kaito sein. Also, die Person, die in diesem Exisal ist nicht Kokichi. Es muss Kaito sein. Was hast du gesagt? Also, der Kulprin für dieses Fall ist... Kaito Momota. Das ist, was der ultimatorische Detektiv verbringte, richtig? Ja, anscheinend. Kaito ist der Kulprin? Was? Du schockst, richtig? Du kannst nicht ernst sein. Ich will es nicht glauben, aber es ist der einzige Weg, dass das alles Sinn macht. Mein Detektivarbeit hat mich zur Schlussfolgerung gebracht, dass Kaito der Kulprin. Ist das wirklich wahr? Ist Kaito wirklich in da? Hey, antwortet uns! Wenn du wirklich Kaito bist, dann... Ich bin der Kulprin. Es gibt keine Chance, dass Kaito immer wieder lebend sein kann. Weil ich bin der Kulprin. Warte, du? Aber hast du gesagt... Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Kukichi trank das Antidote, den ich von Kaito stehle. Es ist kein Wunder, dass Kaito sterbte. Und er sterbte wegen meiner Pfeilung. Aber du hast uns gesagt, dass du keinen Kaito töten wolltest. Ja, ich wollte nie. Ich wollte glauben, dass ich ihn nicht töten wollte. Aber die Wahrheit spricht anders. Im Endeffekt... Ich war einfach weg von den Fakten. Mami? Ich verstehe nicht. Es war nur ein Antidote. Also ist es wahrscheinlich, dass er von meinem Poisonero sterbte. Das ist die Wahrheit. Es ist nicht möglich. Es war noch nicht möglich. Ich könnte ihn immer noch mit dem Hydraulik-Press. Insofern, diese sind die zwei Optionen. Monokuma weiß die Antwort, richtig? Warte. Hä? Sind das die einzige Optionen? Ich glaube, das ist so, wie es sich umgekehrt hat. Nein! Das kann nicht sein! Die Person in diesem Exosol ist... Es ist nicht Kaito! Ich sah Kokichi den Antidot! Es ist kein Fehler. Kaito ist tot. Ich... ... habe Kaito... Maki hat Kaito umgebracht. Es ist absolut... ... kein Wunder. Das ist... ... die Wahrheit. Aber Maki... ... wirst du sicher nicht wissen, dass Kokichi den Antidot trinkt. Was? Du siehst ihn direkt vor dir trinken... ... aber du konfirmest nicht, dass er es tatsächlich gemacht hat. Also vielleicht... ... gibt es noch eine Möglichkeit. Was... ... du sprachst? Unmöglich. Das ist... ...unmöglich. Es ist keine andere Möglichkeit! Ich habe Kaito töten! Ich will Kaito! Du bist falsch! Du hast einen Fahnenrein! Ich will... ... den Dritt von dem einzelnen Geil im Wesentlichen betreten! Ich will... ... den Dritt von Kaito mit den Kuchij! ... das Gegengift! Nein! Ich will... ... die auftreten. Ich will Kaito! Der Dritt von Kaito töten! Ich will dir nicht ganz falsch! Er ist tot, dass er eine gewisse Zeit ist. Er ist tot, dass er das Geld anmacht hat. Er ist tot, dass er das Geld anmacht hat. Er ist tot, dass er das Geld anmacht hat. Ich habe Kaito gewonnen! Es ist egal, was du gesagt hast. Ich zeige dir, dass es die Wahrheit ist. Ich will nicht hin. Der Kapitel hat sich auf den Weg gebracht. Sie sagen dir, dass es nicht klappt! Ich werde nicht mehr falsch sein. Ich bin zufrieden, dass ich mich nicht mehr lecker weiß. Ich bin zufrieden, dass ich mich nicht mehr lebe. Ich werde nicht zufrieden. Ich weiß, dass ich nicht falsch bin. Entschuldigung, dass ich mich nicht töte. Aber ich weiß, dass ich nicht falsch bin. Entschuldigung, dass ich nicht falsch bin. Entschuldigung, dass ich nicht falsch bin. Ich bin nicht dankbar, dass ich nicht falsch bin. Ich sah Kokichi den Antidote zu essen. Vielleicht hat Kokichi nur so getan, dass er das Gegengift trinkt. Kokichi versuchte, den Antidote zu essen. Er trinkte es nicht. Er versuchte, den Antidote zu essen? Der Antidote zu essen war Teil seiner Leben. Maki konnte nur so viel durch die Tür sehen. Sie hat nicht festgestellt, dass Kokichi es trinkte. Ich glaube, Kokichi wusste, dass er das Antidote trinkte. Nachdem Maki weg war, gab er das Antidote zu Kaito. Er hat eine große Möglichkeit, dass das alles getan wurde, um Kaito zu kooperieren zu machen. Er hat ihn zu kooperieren. Der Antidote zu kooperieren brauchte, dass er das Antidote zusammenarbeitet hat. Kaito zu kooperieren war essentiell für Kokichis Plan. Aber ich glaube nicht, dass Kokichi schnell zu kooperieren würde. Er brauchte Unterstützung. Er hat Kaito den Antidoten gegeben. In exchange für seine Kooperierung. In exchange für sein eigenes Leben. Kaito hatte keine Wahl. Er musste kooperieren, bevor Kokichi hat sein Leben. Das ist nur Kaito's Charakter. Und Kokichi wusste das. Er hat seine Freude mit dem Antidote gesammelt. Er hat bereitgestellt, dass Kokichis Plan teilzunehmen. Aber ist er nicht Kokichi diesen Plan zu machen? Wie gut ist es für ihn, wenn er tot ist? Ich dachte, das war alles Teil des Kokichis Plan, um uns zu beschäftigen. Er würde nicht denken, dass jemand seinen eigenen Mörder planen würde. Er wollte so weit, dass er sein Leben verlassen würde. Nur um dieses Mysterium zu kreieren? Nur Kokichi könnte man denken, dass etwas so gefährlich sein würde. Oder sie würden sterben, um ihre Planen zu machen. Nagito zum Beispiel. Warum würde er so weit gehen? Ich glaube, Kokichi war entscheidend, mich zu meinem eigenen Spiel, egal was. Aber zu schlecht. Shuichi hat die Wahrheit herausgefunden. Wahrheit? Bist du sicher, dass es nicht eine Delusion ist? Eine Delusion? Eine Delusion, komplett aus der Mark. Um dich zu denken, dass ich sterbe. Aber wer weiss, was ihr denkt? Das ist zwischen mir und Monokuma. Ich gebe keine Ahnung, ob die Extras in diesem Spiel richtig sind oder nicht. Extras? Ich bin gut mit einem Nebencharakter. Huh? Warum? Wenn wir nur Extras sind, dann, wenn wir es falsch machen, werden wir nicht gebeten. Nein, ich werde dich trotzdem gebeten. Nicht Kokichis Wörter in meine Mund! Was? Aber warum? Du bist so freundlich mit uns! Wenn Monokuma es richtig bekommt, dann nimmt er alle Leben, ja? Aber wenn Monokuma es falsch bekommt, dann hat er kein Recht, alle Leben. Wenn Monokuma es nicht weiß, wer der Kober ist, dann kann dieses Killing-Game nicht funktionieren. Kaito, ich glaube in dir. Hm? Wenn du mit Kokichi zusammengearbeitet hast, dann muss es dafür einen Grund geben. Um diesen Grund herauszufinden, muss sich die Wahrheit enthüllen. Ich denke trotzdem, Kaito ist der Kulprin. Den Gedanken darüber machen, macht alle die Stücke besser. Ich zeige dir die Wahrheit. Die Wahrheit, die du nicht verhindern kannst. Komm! Das hier war, wie bereits gesagt, ein ziemlich schwieriger Fall. Was haben wir denn hier überhaupt am Anfang direkt mal zur Auswahl? Äh, die Blutspur. Der Exisal. Die Elektrobombe. Und das Gegengift. Wo fangen wir jetzt am besten mal an? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Dieser Fall ist so verdammt verwirrend, wie ich finde. Hier haben wir das Gegengift. Das hier müsste dann das sein, ne? Okay. Was haben wir hier noch? Versuchen wir es mal hier mit der Elektrobombe. Wann wurde die Elektrobombe denn eingesetzt? Hier nach, oder? Ähm. Warte, hier war das hier mit der Blutspur, ne? Genau. Was haben wir da noch? Der Exisal, die Elektrobombe. Nee. Wann genau wurde die Elektrobombe eingesetzt? Ich habe keine Ahnung, du. Das muss das gewesen sein, oder nicht? Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier noch... Ich weiß halt nicht, was damit gemeint ist. Achso, als er den Exisal übernommen hat, mit dem Hammer. Ah, okay, okay. Ich war grad etwas verwirrt. Wo war das jetzt genau? Das war... Nicht das hier... Das ist hier schon davor? Ah, ich kann doch weiter zurück, achso. Achso, achso, achso. Okay. Ähm, das war nicht das hier, das war das hier. So, damit hätten wir jetzt was Neues frei... oder nicht? Achso, hier haben wir noch was, okay. Ähm, das war das, wo Maki in den Hangar gekommen ist, ne? Das muss also das hier gewesen sein. Mit dem Exisar jetzt haben wir einige weitere Sachen freigeschaltet. Das hier, das hier und das hier. Das hier oben auch noch? Ja, okay. Kokichi in der Presse oder unter der Presse, das wäre hier ja ganz am Ende dann, ne? Oder hier? Ähm, so. Das hier wäre das, als Kaito noch unter der Presse war. Dann die Armbrust, das war ja schon davor, das muss hier irgendwo gewesen sein. Oder? Oder hier? Ist das nicht schon... hier. Ne? Hä? Achso, hier, okay. Da war ich noch ein kleines bisschen zu früh dran. Oder wohl eher zu spät. So, das Gegengift kam dann etwas später. Das wäre dann hier gewesen, ne? So. Und dann wären wir jetzt bei den letzten Hinweisen, die wir noch hier haben. Nicht Hinweise, sondern weil eher diese Panels, die ja noch eingefügt werden müssen. So, was haben wir jetzt hier? Okay, der erste Schuss. Der... wo ging nochmal die... Ey, das heißt doch die Reihenfolge nicht, Alter. Fangen wir mal mit dem anderen Kram an. Der rechte Arm, drei Pfeile. Okay, das hier kommt ganz am Ende, dass die Klamotten runtergespült wurden bei der Toilette. Oder in der Toilette wohl eher. Die drei Pfeile kamen dann wohl am Anfang noch irgendwo. Die muss er ja irgendwo aufgenommen haben. Ne. Wo hat Kaito zuerst hingeschossen? Wahrscheinlich in den Arm. Das wäre ja schwierig, in den Rücken zu schießen, ne? So, dann kommen wir jetzt hier hin. Und der erste Schuss von Maki ging in den Rücken von Kokichi. Der zweite Schuss ging dann in den Arm von Kaito. Das wäre hier. Und dann wäre noch eine Sache hier übrig. Das wäre dann das hier. Diese drei blutigen Pfeile. Das ist die Wahrheit des Verrückens. Das ist die Wahrheit des Verrückens. Locked in the bathroom, the culprit had asked Himiko to bring them a certain weapon. A disassembled crossbow from Maki's lab. The culprit was going to use the crossbow to challenge Kokichi to a fight. Sometime passed, and Maki made her way to the hangar. She was going to the hangar to kill Kokichi, and saved the culprit trapped in the bathroom. However, the hangar had an electric barrier preventing her from entering. Fortunately for her, she had an electro hammer to get around the barrier, in a way. She used her electro hammer to disable an exosol, and climbed inside. She knew exosols could bypass the barrier, so she got inside one. Around that time, the culprit and Kokichi began their confrontation. While Kokichi was checking up on them, the culprit ambushed Him with a crossbow. But the culprit didn't intend to kill Kokichi. They just wanted to disable Him. That's why the culprit aimed for Kokichi's right arm. If they really wanted to kill Him, they would have shot Him in His vitals. Kokichi wheeled from the arrow, and the culprit jumped on Him immediately. He didn't want Kokichi to have the chance to summon an exosol with a remote. While they were fighting, something happened that caught them both off guard. The shutter of the hangar opened, and an exosol stepped inside. Kokichi was definitely not expecting an exosol to interrupt them. He pulled out his remote in an attempt to control the exosol. But Maki leaped out of the cockpit, and shot Kokichi with her crossbow. The arrow hit Kokichi right in the back, and it was no normal arrow. The tip was covered in a lethal poison for my lab called Strike 9 Poison. The poison kills slowly. It seems as if Maki wanted Kokichi to confess before he died. But even with poison in his veins, Kokichi continued to spin his lies. When she had had enough, Maki tried to finish him off with another poisoned arrow. But this time, Maki was the one caught by surprise. To keep Maki from becoming the blackened, the culprit used their body to shield Kokichi. The culprit's left arm was struck by a poison arrow. Maki remembered that there was an antidote in my lab, and immediately ran off to get it. The Strike 9 Poison slowly circulated through their systems, and would soon kill them both. But in that desperate situation, Kokichi thought up a clever lie. He incorporated this unforeseen thing into his plan to help him win the killing game. Or should I say, help him defeat Monokuma. That was Kokichi's true objective. It's why he claimed to be the mastermind. Thinking fast, Kokichi closed the shutter so that Maki could not re-enter the hangar. Thus, Kokichi's final lie was set into motion. When Maki returned with the antidote, she couldn't get back inside the hangar. So she went around to the hangar bathroom, and passed the antidote through the window. But after the culprit was given the antidote, Kokichi immediately snatched it. Kokichi drank down all of the antidote, while the culprit and Maki watched in horror. Maki must have been panicking, thinking the only antidote was now gone. She believed that the culprit was going to die from her own poisoned arrow. But it was all another one of Kokichi's lies. He had only pretended to drink the antidote. Maki tried desperately to break into the hangar, even slashing the control panel. But she couldn't get the shutter to open again. Defeated, she had no choice but to leave. After Maki had left, Kokichi took out another weapon. An electro-bomb, capable of disabling communication devices for hours. Kokichi's plan was to use an electro-bomb to knock out Monokuma's surveillance cameras. That was why he commissioned Miu to make the bombs in the first place. After detonating an electro-bomb, Kokichi coerced the culprit into drinking the antidote. In exchange for the antidote, Kokichi asked the culprit to cooperate with his plan. Kokichi needed to work with the culprit to execute his final lie. Under normal circumstances, the culprit would never have agreed to such a plan. But because the culprit owed him for saving their life, they agreed to Kokichi's request. Ah, request is a generous term. It was more like blackmail. In any case, the two were now working together as accomplices in an insane plan. There was a lot to prepare, and not a lot of time. They had to work fast. If Kokichi died from the Strike 9 poison, the whole plan would be ruined. After fabricating the scene in the bathroom, the culprit dragged Kokichi to the hydraulic press. This is how the swipe pattern bloodstained from the bathroom to the press was created. Kokichi, with the support of the culprit, stood in front of the press's control panel. The two of them were finally ready to execute the insane lie. While Kokichi was setting up the video camera near the hydraulic press's control panel. The culprit laid face up inside the press, draping their coat over their shoulders. Then, Kokichi activated the press and the camera's record button at the same time. The hydraulic press came down slowly, all caught on tape for us to see. Normally, the safety function would have triggered, but the electrobomb had disabled it. The press got lower and lower, and just as the culprit disappeared from view, Kokichi pressed the force stop button, and the camera's pause button simultaneously. The two then switched places, and also switched walls. The culprit and the victim. The would-be victim became our culprit, and started up the press and camera. Kokichi had saved the culprit's life, because his trick required their cooperation. He wanted to win the killing game, even if it meant dying himself. And so, Kokichi was crushed by the press, and the whole thing was caught on video. The culprit's left sleeve was dangling from the press, making us think he was the victim. Now alone, the culprit collected the video camera. And tore the hydraulic press's power cord, so that it could never be raised again. This would make it impossible for us to determine the identity of the crushed body. But there was another reason the victim was killed in this way. It obfuscated the cause of death, making the case that much more difficult to solve. This was all part of Kokichi's plan, to create a murder not even Monokuma could figure out. With the press disabled, the culprit returned to the bathroom, to flush Kokichi's clothes. Finally, they climbed inside of an Exosaw to hide, and waited with faded breath. And here they are now, in this trial, pretending to be Kokichi. They're trying to deceive Monokuma, in order to defeat the true mastermind. And that's it. That's Kokichi's unidentified culprit trick. The culprit is in that Exosaw. It's you, isn't it? Kaito Momota, the ultimate astronaut. Und... das wäre wohl die ganze Wahrheit hier.